Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Jakobusbrief. Wir wollen heute uns um ein Thema kümmern, das äußerst wichtig ist. Es ist das Thema des Richtens. Die Lektion Nummer neun ist überschrieben, Eingesetzgeber und Richter. Und der Text, den wir lesen wollen, ist der Text in Jakobus 4, Abvers 11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder, wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet. Der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Es wäre sehr verwunderlich, wenn der Jakobus nicht auch in seinem Brief an die letzte Generation die Vorbereitung der Erstlingsfrucht nicht das Richten auch einen zentralen Wert zuordnen würde. Weil, wenn wir durch die Schrift gehen, so ist die Warnung vor dem Richten eine, die sehr, sehr deutlich ausgesprochen wird. Wir finden es in der Heilandes Rede an, in der, wenn man so will, die Einsegnung oder die Rede Jesu über die zwölf Apostel. Er sagt ihnen hier genau das, den Weg, das Maß des Lebens. Und so wie es damals sagt, den Ersten der Gemeinde, so sagt er es durch den Jakobus auch den Letzten der Gemeinde. Aber sehen wir hier, wie er in Matthäus 7 sagt, Abvers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehst, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. So, Jesus verwendet Klarheit, nicht nur in der Bergpredigt, aber auch sonst zeigt er sich auch selbst, dass er als ein Mann zu ihm kommt und sagt, sein Bruder hat ihm das, um ihn um das Erbe gebracht, dass Jesus für ihn eintritt, so sagt er, wer hat mich zum Richter gesetzt zwischen euch? So, es ist wichtig zu sehen, dass nicht richten ist an der Basis des Evangeliums. Eines der Dinge, die das Evangelium auf jeden Fall schaffen muss, ist die Entfernung des richterlichen Geistes. Wir finden das in dem Römerbrief so deutlich beschrieben, wie er im Kapitel 2 sagt, Gott, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seiest, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend, über die er geht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du dir richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. So, in diesem Chor stimmt auch der Jakobus ein. Wir finden schon im zweiten Kapitel, wo er über die Parteilichkeit spricht. Ihr wisst ja, dass Ansehen der Person ja letztendlich richten ist. Und so jemand, der die Person ansieht, das heißt, der den einen bevorzugt und den anderen benachteiligt, das ist derjenige, der richtet, der mit der Notwendigkeit, der sich über den anderen emporhebt, weil er meint, er sieht die Dinge besser. Er kann unterscheiden von Mensch zu Mensch, das heißt, von Nation zu Nation oder Kirche zu Kirche. Wir haben das ja damals ausführlich besprochen, aber er sagt hier im Vers 12 im zweiten Kapitel deutlich, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. So, es geht hier auch im Jakobusbrief, im zweiten sagt etwas über das Richten. Im vierten Kapitel macht er das deutlich und er kommt nochmal zurück, darauf zu sprechen in seiner Zusammenfassung im fünften Kapitel, wo er sagt, im Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, das ist, seid nicht unzufrieden mit dem anderen. Ja, seufzt nicht, klagt nicht, könnte man es noch übersetzen, klagt nicht wegen, euch nicht gegeneinander, klagt euch nicht an, das heißt, richtet euch nicht, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. So, ihr seht, Anklagen ist Selbstverurteilung. Man bringt sich selber unter das Urteil Gottes, wenn man anklagt. Seufzt, seufzt, klagt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. So, wir haben hier ein Thema und ich habe wirklich ein Gebet gerungen, um dieses Thema zu verstehen. Weil, gibt es eine einzige menschliche Ausnahme, dass jemand von seiner Natur aus nicht einen Richtergeist hat? Nun, da wir wissen immer mehr, wie der Mensch aufgebaut ist und wie das Innerste, unser böses Auge, uns betrügt, und da wir wissen, wir haben alle dasselbe böse Auge geerbt, so wissen wir, dass Richten eine Handlung eines jeden Menschen ist, der auf dieser Erde geboren wird, der kommt auf diese Erde mit der sündige Natur, mit dem falschen Auge und dieses falsche Auge hat eine Idee, dass jeden zum Richter macht. Und ich möchte erkennen, wo ich, Richter, wo mich mein Herz betrügt, weil dieses Richten ist nicht eine Kleinigkeit, wer richtet, sagt die Schrift, ist verurteilt. Wer richtet, macht mehr Schlimmes, wie den, den er richtet. So, keiner wird dem Verdammungsurteil Gottes entgehen, solange er richtet. Das heißt, das Richten eines Menschen, das Verurteilen eines Menschen, wir werden sehen, was das ist, führt dahin, dass du sicher verloren gehst. So, ganz egal, wie erlöst du meinst, du bist, wirst du in deinem Handeln dich als Richter erweisen, dann bist du und stehst du unter dem Verdammungsurteil Gottes. Deshalb interessiert mich dieses Thema und jedes Thema zuerst persönlich. Ich will es für mich wissen. Möchtest du es für dich wissen, ob du ein Richter bist oder nicht? Möchtest du wissen, ob du in die Falle des Richtens tagtäglich hineinfällst oder ob du aus dieser Falle befreist bist? Ich will es wissen. Ist es einfach zu erkennen, ob man richtet oder nicht? Oder ist es schwer zu erkennen, ob man ein Richter ist oder nicht? Nun, nach der Erfahrung, die ich in meinem persönlichen Leben habe, ist es eine sehr schwierige Sache, sich selbst als Richter zu erkennen. Wir selbst sehen nicht, dass wir Richter sind. Wir sehen auch nicht, dass wir andere richten, weil das böse Auge, das Fleisch, die sündige Natur, uns betrügt mit dem Guten. Deshalb ist es nicht leicht, ja ohne Gottes Geist völlig unmöglich, dass du erkennst, dass du richtest, dass du etwas tust, was du vielleicht im Bewusstsein meinst, ist nicht das, was du tust, aber in der Tat tust du es. So, wie entsteht das Richten oder wie entsteht die Anklage, wie entsteht die Beschuldigung gegenüber dem Anderen? Warum überhebe ich mich über ihn überhaupt? Lasst uns das aufschreiben und sehen. Wir haben es ja durch diese ganze Lektion betrachtet, unser böses Auge. Dieses böse Auge nimmt das, was Gott in unseren Geist Gutes hineingesetzt hat. Als Gott uns schuf und als Gott den Geist schuf, er ist auch ein Geschöpft. Und als er ihn schuf, gab er dem Geist Funktionen und er gab ihm feste Bedürfnisse, ganz feste Bedürfnisse. So, der Geist hat Bedürfnisse. Er hat Bedürfnisse, er hat, es sind natürlich geistige Bedürfnisse und eines, das sind die, die wir gesehen haben, die wir mit der Liebe zusammenfassen, aber nehmen wir nur das Bedürfnis nach Gerechtigkeit oder Wahrheit und schauen wir uns das an, wie uns das üble Auge betrügt. So, in unserem Geist haben wir das Bedürfnis nach Gerechtigkeit oder nach Wahrheit. Und jetzt sehen wir einen anderen Menschen, dass er uns anlügt. Ja, ein anderer Mensch, der lügt oder wir können ja sagen, er ist unehrlich, er ist falsch, er ist falsch. So, was tun wir mit einem Menschen, der lügt und unehrlich ist und falsch? Wir können das erkennen, weil wir ein Bedürfnis nach Wahrheit haben. Und jetzt denkt unser böses Auge, dass die Falschheit des Anderen mir schadet. Das ist die eine große Idee. Das heißt, ich kann mein Bedürfnis nur durch das Auge befriedigen, nur durch die Motivation. Sie tut mich handeln. Und hier muss ich, im Auge, muss ich, und da gibt es keine Wahl, muss ich werten. Wenn der Geist nicht werten müsste, könnte er auch nicht richten. Er wäre nicht ein Richter, wenn er nicht werten könnte. Wir müssen richten, wir müssen werten, aber müssen wir Menschen bewerten und richten oder Bedürfnisse und Dinge. Tatsachen. Und das Werten müssen wir tun, das ist unsere Aufgabe und dann werten wir durch das falsche Maß. Und ich werte, ich habe den Bedürfnis nach Wahrheit, ich sehe, dass der Andere lügt, weil das kann ich werten. Aber jetzt kommt mein Auge und sagt mir, der Andere belügt dich. Und du musst, wenn jemand dich belügt und dir jemand durch seine Lüge einen Schaden tut, dann musst du gegen das ankämpfen. Du hast gar keine Wahl dazu, weil du musst außerhalb des Schadens bleiben. Und so wirst du automatisch gegen diesen Menschen vorgehen mit Zorn und du wirst versuchen, ihn zu verändern, dass er nach Möglichkeit dich nicht mehr anlügt. Das ist die eine Art des Betruges, dass ich denke, wenn der Andere lügt, lügt er mich an. Aber es gibt noch eine viel tiefere und viel subtilere Art, wo ich meine, ich tue es nicht für mich, sondern ich tue es für die Anderen. Das heißt, ich möchte den Lügner, den Unehrlichen oder den Ehebrecher, was auch immer wir nehmen für eine Person, die etwas Falsches tut, offenbaren zum Guten der Anderen. Dahin kommen die ganzen Streitereien, sage ich jetzt mal in der Gemeinde. Ich habe sozusagen einen Auftrag meines Bruders, Hüter zu sein. Also, denkt mein böses Auge, um der Sauberkeit willen, muss ich jetzt die Sünde des Anderen, ich muss jetzt den Anderen als Bösewichten offenbaren. So, man sieht einen Irrlehrer und man zum Beispiel, und man muss ihn unbedingt bloßstellen als Irrlehrer, damit man die Gemeinde vor etwas bewahrt. So, das böse Auge denkt ja, es ist Gott. Wir wissen, das ist der tiefste Gedanke, ist ich bin Gott. Also bin ich ja auch zuständig für das, was andere tun. So, wenn ich Gott bin, dann muss ich den Lügner zurechtweisen. Ich muss ihm die Sache klar machen und ich muss ihm deutlich machen, wo er steht. Das klingt doch gar nicht so sehr nach bösem Auge, oder? Klingt doch gar nicht so schlecht. Müssen wir nicht den Sünder warnen? Sollten wir nicht einen Einfluss ausüben auf den, der Fehler macht? Wie tun wir das denn? Und wir müssen eines wissen, der Unterschied liegt im Detail, in Kleinigkeiten, so wie nicht der Verlust uns krank macht, sondern nur wenn wir ihn persönlich werten. Nur wenn ich die Lüge persönlich nehme, dann macht sie mich krank. Dann bin ich betrogen. So ist auch hier, wir nehmen an, wir sind persönlich verantwortlich für das, was ein anderer tut. Und es könnte fast so hervorkommen, wenn wir so manchen Bibeltext lesen, der sagt, ich werde dich zur Rechenschaft ziehen, wenn du den Sünder nicht warnst. Wenn du ihn warnst und er weiter sündigt, dann geht er verloren um seine Tat willen, aber wenn du ihn nicht warnst, dann wird er dich, dann wirst du schuldig sein an seinem Blut. Und das ist der Auftrag, den Gott gibt dem Hesekiel. Und so nehmen wir das sicherlich. Und der erste große Irrtum, den wir machen, ist, dass wir das verallgemeinern und meinen, wir sind alle gerufen zur Verantwortung dessen, was ein anderer tut. Ihr seht, eine Warnung ist nicht ein Richten, wenn man sich nicht verantwortlich sieht für das, was ein anderer tut. Aber das eigene Ich, unser blindes Auge, Ich bin Gott, muss jetzt richten, weil man sieht, sich verantwortlich, das Böse zu entfernen aus dem Anderen. Das heißt, wir sehen das Böse und meinen, ich bin verantwortlich, dass ich dieses Böse entferne. Dass ich das Böse aus meinem Nächsten entferne. So, das ist natürlich noch viel, viel subtiler. Da habe ich den Eindruck, es geht gar nicht um mich, sondern es geht doch um das Gute. Ich erkenne die Wahrheit, ich erkenne, das ist eine Lüge, ich werte es wahrscheinlich auch richtig. Aber dann ist mein Handeln durch dieses, weil ich immer durch die Motivation, entweder durch das falsche Auge oder durch das richtige Auge, handele. Jede Handlung kommt aus der Motivation heraus. Und sicherlich ist die Motivation die Wertung unseres Handelns. Und wir können nicht handeln, bevor wir nicht werten. Und wir können zwar richtig werten, dass das falsch ist, weil das hat uns Gott in unseren Geist so gelegt, da sind wir gebaut, aber jetzt bringt uns die Handlung zu einem falschen Ergebnis, weil wir sagen jetzt, okay, jetzt muss ich handeln und wenn ich Gott bin, muss ich den, der mich belügt, der mich in den Schaden bringt, den muss ich dann, wumm, zurückweisen. Ich muss aus dem eigenen Schaden raus. Ich kann mich doch nicht anlügen lassen. Das ist doch eine Unverschämtheit. Und dann kann ich sehen, aha, der eine lügt den anderen an und ich denke jetzt, ich muss doch einschreiten hier, ich kann doch nicht zulassen, dass der andere weiter lügt. Also muss ich gegen den Lügner vorgehen und ihm das Böse entfernen. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir, dass das genau das ist, was Jesus beschreibt in der Bergpredigt, wenn er sagt, richtet nicht und du bist ein Heuchler, wenn du versuchst, den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen und siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge. So, aus diesem Bibeltext wird klar, dass der Mensch sich selbst betrügt. Der Mensch, der richtig handeln will, erkennt nicht, dass er der Schlimmere ist wie den, den er versucht zu korrigieren und zurechtzuweisen. Wir maßen uns immer an, eine Autorität zu sein für den anderen. Wir haben nicht verstanden, dass in der Liebe Gottes völlige Gewaltfreiheit herrscht, im Sinne dessen, dass sie irgendjemanden zu etwas Gutem zwingt. Gott als Einziger ist Richter. Er wird eines Tages richten, weil er das tun muss, weil nur er die Dinge alle kennt und sieht. Nur er ist Gott und nur er ist der Gesetzgeber. Das hat uns der Jakobus deutlich gemacht. Aber jetzt, wenn wir denken, wir sind Gott, dann sind wir letztendlich auch die Gesetzgeber. Wir setzen uns selbst zum Maßstab und somit tun wir etwas, was völlig zerstörerisch ist. Aber wir erkennen es ja nicht und betrügen uns selbst. Deshalb ist es sehr schwer, dass du dich als Richter entdeckst, dass du ein Richter bist. Außerordentlich schwer. Ich bin jetzt elf Jahre und eineinhalb, seitdem Gott mich wieder bekehrt hat und ich mit Gott gehe und wandle. Aber ich merke in meinem eigenen Verhalten, dass ich ein Richter bin. Und ich selber sehe es gar nicht. ist es gut, dass man manchmal Leute hat, die einem das ein bisschen versuchen zu offenbaren. Wir waren vor kurzem bei unserem Freund des Ehepaars in den USA. Das Ehepaar, wodurch Gott mich wieder bekehrt hat. Das heißt, sie waren ein Mittel, um mein Herz wiederzureichen. Wir waren nur einen Tag bei ihnen auf Besuch, haben dort zwei Nächte geschlafen und wir hatten ein Gespräch miteinander, ich und der Tom Waters und in unserem Gespräch sprachen wir und er hatte und versuchte mir etwas klar zu machen über mich selbst und er sagte, ja, du hast dich in diesen zehn Jahren verändert und man sieht gewisse Dinge, man sieht die Veränderung, aber ist etwas, dass du immer noch das Gleiche tust, seit dem ich dich kenne und das ist diese Art des Errichtens in dem Sinne, dass man mit, dass du mit einer Frau so umgehst, dass du sie nicht genug achtest. Das heißt, du gibst nicht sehr viel auf das, was deine Frau sagt. Und wir waren ja am Tisch gesessen dort und ich habe diese Neigung, meine Frau etwas erzählt und sie es aus ihrer Perspektive erzählt, ich über sie gehe und sage, nein, nein, die Sache ist so. Ich muss das irgendwie korrigieren, weil ich denke, es entspricht nicht der Wahrheit. Also was tue ich? Ich setze mich über den Anden hinaus und meine ich weiß es besser wie es ist und auch wenn ich recht hätte, bin ich falsch. Weil so kann man nicht handeln und es richtig tun, wie ich es tat. So man, was ich entdecke im Richten ist, man kategorisiert den Menschen, man setzt ihn unter einen gewissen Stempel. Und wenn man meint, der eine, er versteht die Dinge nicht und er wird sie immer irgendwie verkehrt darstellen, dann hat man ihn in diese Schublade gelenkt und gesteckt und man wird jedes Mal, wenn man diese Situation bei diesem Menschen sieht, sofort als Gott auftreten und die Sache richtig stellen, wie sie in den eigenen Augen tatsächlich richtig ist. Dasselbe kann man nehmen mit der Pünktlichkeit, mit einer jeden Art, die ein Mensch so an sich hat. Und man beurteilt sie und ja, sie ist ja nicht etwas Positives, etwas Positives, du kannst, wenn du jemanden eine positive Schachtel hineinschiebst in deinem Geiste, dann ist es erstaunlich, der kann sich Dinge erlauben und du wirst ihm immer noch gut gesonnen sein, du zirnest nicht, weil er für dich in einer Sicht drin ist, die ihm Achtung und Wert schenkt. Aber tust du es andersrum und wir beurteilen ja nicht das, was dem Guten nicht entgegengesetzt ist. Ja, wir beurteilen immer das, was dem Guten entgegengesetzt ist. Und es mag ja sein, wir müssen und wir können Recht haben, dass das so ist, was der andere tut. Dennoch, in dem Moment, wo ich denke, ich muss mich verantwortlich zeigen, dass diese Sache jetzt klargestellt wird, ohne dass man mich fragt und ohne den Respekt für die andere Sicht des anderen sind wir Richter und die anderen sehen es. Und sicherlich, ich liebe unsere Freunde dort, bin verbunden, ich bin Gott dankbar, dass sie ein Werkzeug sein konnten in seiner Hand für meine Bekehrung. Aber es ist doch gut, wenn man so einen Freund hat, der einen nicht mit einem richterlichen Geist, sondern der einfach sieht, aha, er ist in einer gewissen Weise immer noch nicht weitergekommen, ist immer noch blind an dieser Stelle und dass er es einem klar macht. Deshalb sagt es in den Sprüchen, dass ein guter Freund einem auch die Dinge erklärt, aber aber ihr seht, ein Freund richtet nicht. Dem Freund geht es nicht, sich über den Anderen zu erheben. Dem Freund, wo man mit, durch die Liebe Gottes verbunden ist, dem geht es um die ja, um die wahre, ich sage jetzt mal zu Rechtweisung des Anderen. Ist es schmerzhaft zu sehen, dass mein Richter ist? Oh ja, furchtbar. Aber bevor noch er mir diese Dinge gesagt hatte, einige Wochen, vielleicht einen Monat oder wie viel davor, habe ich mir über meine Art Rechenschaft gegeben, wie ich ja, von von oben herab sehr häufig meine Frau betrachte und wie ich nicht diese Stellung einnehme der hundertprozentigen Respekt ist. Man sieht die Schwächen des Anderen, man sieht seine Fehler und unser richterliches, falsches Auge disqualifiziert den Anderen dann vor uns, er gibt ihm nicht mehr den Wert, den er vor Gott hat und damit verachten wir, missachten wir den Anderen und das kommt absolut heraus in unseren Taten und es ist uns nicht einmal bewusst dass wir es tun weil wir sind ja im Recht so wenn Gottes Geist uns nicht hilft und vielleicht auch Menschen den Vorbild wir sehen können einen Weg stellt dann haben wir nie eine Chance zu erkennen wie schlimm es in unserem Herzen aussieht und ein Richter ein Richter setzt sich immer an Gottes Stelle ich meine nicht der Richterin der sein Amt als Richter hat sondern der Richter der der den anderen verurteilt der ihn geringschätzt letztendlich ist das der Weg wir würden niemanden geringschätzen der die Wahrheit immer sagt der gerecht ist der immer freundlich und lieb ist der immer gut riecht und gut schmeckt und dessen Leben immer ist wie wir es uns in unserem Geiste das Maß festgelegt haben vor Gott dann würden wir natürlich nicht richten das würden wir mit Genugtuung annehmen und sehen aber das was negativ ist und es gibt keinen Menschen der keine Fehler hat es gibt keinen Menschen der keine Charaktermängel hat in seinem Leben und da sind wir ja so schnell sie zu sehen und in dem Moment sehen da sind wir nicht mehr barmherzig sondern wir sind teuflisch richterlich verdammend geringschätzend missachtend und dann sind wir ein Instrument des Bösen in seiner Hand getäuscht von dem bösen Auge das meint es ist Gott und es muss jetzt richten ein schreibt schreibt hier in ihrem buch gedanken vom berg der selig preisungen etliche seiten über dieses thema und sie sagt hier auf seite 155 es ist das kapitel nicht richten sondern besser machen sagt sie jesus auf diesen geist diese gewohnheit bezug nehmen sagt jesus aber ich lese vielleicht den anfang an noch des den absatz das volk wurde zum großen teil desselben geistes teilhaftig drängte sich in gewissen sachen und richtete einander in angelegenheiten die allein zwischen gott und der seele bestanden auf diesen geist und diese gewohnheit zu bezug nehmen sagte jesus richtet nicht auf das ihr nicht gerichtet werdet dies soll heißen stellt euch nicht dar als ein beispiel besser gesagt als ein maßstab macht eure meinungen eure ansichten überpflichten eure auslegung der schrift nicht maßgebend für andere und verdammt sie nicht in eurem herzen wenn sie nicht euer ideal erreichen oh das sind wenn wir sie wirklich verstehen zerreißende demaskierende worte unser eigenes ich findest du dich da nicht wieder also ich finde mich da wieder ich habe in mir und ich falle in diese sache schon öfters hinein wenn ich wenn ich menschen sehe die ich sage okay die sind ja im glauben und sie sind schon lange im glauben und sie sie haben nicht die erkenntnis die ich jetzt habe und ich sehe wie sie an einem Niveau sind wo ich meinte sie müssten schon höher sein und dann setze ich mich über sie weil ich denke ich habe es besser ich kann es besser ich sehe es besser und damit verstehe ich nicht dass ich nicht gemacht worden bin zum Richters über was einer weiß und nicht weiß weil jeder hat ja seine Fähigkeit seine Beziehung und Gott führt uns ja auf einem unterschiedlichen Weg der Erkenntnis wie unsere Limitationen sind unsere Begrenzungen sind und alles was ich habe kommt ja nicht von mir ich kann Gott dafür dankbar sein für meine Erkenntnis aber ich rege mich auf in meinem Innersten wenn ich eine falsche theologische Sache lese in dem Lektionsheft oder anderswo und ich weiß das ist nicht der Geist Gottes sondern das ist mein blindes Auge das mich erregt es ist nicht dass ich in tiefster Barmherzigkeit mich jetzt auf an diese Person denke und für sie bete sondern wenn ich könnte würde ich sie zum Schweigen bringen Versteht ihr den Unterschied eines der Dinge die mir bewusst geworden ist als ich nachdachte und Gott gebetet habe kippt mir doch ich muss dieses Thema verstehen ich muss erkennen wo ich richte damit ich es eliminiere möchte nie mehr auf den Richterstuhl stehen möchte nie mehr in dieses furchtbare Sache hineinfallen einen anderen zu gering zu schätzen zu bewerten nach seinen Taten und nicht nach seiner Würde die ihm Gott gegeben hat glaubt mir ich weiß nicht ob ich einzig bin der da Schwierigkeiten hat das auseinander zu halten wann ich wenn ich wirklich bewerte etwas um zu helfen oder wenn ich bewerte etwas um zu verdammen stellt euch nicht dar als Maßstab macht eure Meinung eurer Ansichten über Pflichten und eure Auslegung der Schrift nicht maßgebend für andere und verdammt sie nicht in eurem Herzen wenn sie nicht euer Ideal erreichen kritisiert nicht andere stellt keine Mutmaßungen auf über ihre Beweggründe und richtet nicht ihre Handlungen das ist nicht leicht nicht einmal leicht zu erkennen dass man es selber tut wir können nicht in den Herzen lesen und weil wir selbst Fehler haben sind wir auch nicht berechtigt andere zu richten sterbliche Menschen können nur nach dem äußeren urteilen Gott allein den die geheime Triebfeder einer jeden Handlung bekannt ist und der zärtlich und mitleidsvoll handelt kann den Fall einer jeden Seele entscheiden kann den Fall einer jeden Seele entscheiden so Gott allein ist Richter dieser ganze Absatz ich empfehle ihn euch lest ihn euch zu Hause durch studiert ihn und prüft eure Herzen damit wir uns erkennen und die Not beheben es gibt etwas was mir klar wurde in dieser Woche als ich nachgedacht habe zu diesem Thema warum im Zusammenhang mit dem Richten die Barmherzigkeit erwähnt wird warum Jesus sagt es wird ein unbarmherzig Gericht ergehen über den der richtet und noch schöner er sagt mit dem Maß mit dem du bist wird er auch gemessen werden wie kann ich erkennen in meinen Handeln weil in meinem Denken manchmal erkenne ich es nicht wie kann ich an dem Ausmaß meines Handelns erkennen manchmal oder ja fast immer kann ich erkennen wie es bei dem Anderen ankommt weil eine richterliche Handlung führt sofort zur Empörung des Anderes Anderen Nun als mir mein Freund mich auf meinen Mangel hinwies und auf meinen Fehler ja er hat es klar und deutlich gemacht es tat weh in meinem Herzen es zu sehen aber ich bin zu Gott gegangen und ich habe gesagt okay es tut weh es tut nie gut wenn man seine Fehler sieht und weiß man dass es richtig ist dass man diese Fehler hat dann muss man nicht dagegen vorgehen und ja Gott hat mir geholfen mich zu halten mich zu erkennen und zu sagen okay es kommt aus einem liebevollen Herzen ich habe diesen Mangel aber ich muss ihn beheben ja und ich habe mir vorgenommen dass dieser Mangel aus meinem Herzen vollkommen verschwinden wird weil ich habe dieses Ziel dass weder Freund noch Feind einen Mangel finden darf in meinem Verhalten in meinen Worten im Sinne dessen was Sünde ist nicht dass ich nicht Schwachheiten habe und mein Wort nicht richtig buchstabiere oder nicht richtig ausrede sondern es geht um einen Charakter Mangel so wir müssen eine Kontrollmechanismus haben wo wir uns selbst entdecken wo uns es bewusst wird okay jetzt hast du gerichtet jetzt bist du dem Betrug anheim gefallen wie kann es erkennen die Barmherzigkeit sagt es uns so wenn ich einen Fehler sehe der den anderen tut und ich der den Fehler beim anderen sehe ist es ja nur deshalb sehe ich ihn so schnell weil er bei mir auch existiert auch existiert so muss ich diesen Fehler angehen und ich muss ihn zunächst erkennen bei mir damit ich ihn ändern kann so sehe ich einen Fehler bei einem anderen so habe ich mir das vorgenommen und es macht Sinn dass es so ist und ich bewerte ja die Lüge ist eine Lüge ich darf mich nicht betrügen sagen nein er sagt die Wahrheit nein das wäre ja Selbstbetrug das können wir auch nicht das müssen wir nicht ändern es mag sein dass wir recht haben die theologische Meinung ist falsch oder es ist ungerecht was jemand tut oder er ist ein Ehebrecher oder was auch immer wir haben dort im Römer Kapitel 1 eine Menge von Sachen beschrieben die der Paulus anmahnt und sagt im zweiten Kapitel den den Römen ihr richtet diese Mensch er beschreibt diese Dinge und das fiel mir auf beim beim Lesen des Römerbriefs als ich mich fragte warum sagt er hier in Vers 3 in Kapitel 2 denkst du etwa um Mensch der du die richtest welche so etwas verüben und durch das das gleiche tust dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst so schaut davor werden die Verleumden die Gottesverächter die Frechen die Übermütigen die Prahler die Bösen den Eltern ungehorsam unverständlich treulob liebst unversöhnlich unbarmherzig alle diese werden dort aufgezeigt und er beendet das erste Kapitel und sagt obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen dass die des Todes würdig sind welche so etwas verüben tun sie diese Dinge nicht nur selbst sondern haben auch Gefallen an denen die sie verüben das darauf nimmt der Bezug so wir sehen die Dinge wir sehen dass Menschen Fehler haben dass sie Mängel haben dass sie unpünktlich unordentlich unsauber was auch immer in ihrem Leben tun sie kritisieren andere sie reden böse über anderen sie all das das können wir erkennen bei den anderen aber jetzt die Erkenntnis ist die eine Sache aber das Handeln beweist ob ich jetzt aus der Wahrheit aus Gott heraus handele oder aus dem Ich so mein eigenes Ich das richten wird den anderen durch unser Verhalten ihm gegenüber uns dazu führen dass wir geringschätzend auf ihn schauen das heißt wir werden mit Geringschätzung uns dem anderen gegenüber verhalten und das tun wir in Millionstel von Sekunden aber wir könnten es erkennen an uns habe ich jetzt war jetzt Barmherzigkeit gegenüber dem der den Fehler macht oder war jetzt Richter wenn ich mich als Richter auf setze dann kommt hier aus mir Gewalt heraus ich kann es nicht ausstehen ich kann es nicht aushalten das Ding muss weg aus dem anderen man könnte es auch Ungeduld nennen oder nicht so das Richten führt zu Gewalt es führt zu Zorn es führt zu einem unguten Gefühl man mag sein man man hat den anderen nicht einmal wie soll ich sagen ihm nicht einmal etwas gesagt aber in deinem innersten inneren fühlst du dich nicht wohl und dann merkst du wie du reagierst auf den anderen wenn du es merkst so ohne Gottes Geist merken wir auch das nicht aber ist so wichtig dass wir Gott bitten dass er uns das erkennen lässt auf jeden Fall die Gewalt die Unterschätzung würde ich sagen das heißt wir schätzen den anderen nicht ich hoffe wir verstehen dieses Wort gut die Unterschätzung oder die mangelnde Wertschätzung dem mangelnde wertschätzung dem anderen gegenüber beweist dass wir aus dem ich kommen beweist dass wir den fehler des anderen wir uns verantwortlich ziehen und wir wollen den fehler entfernen und wir wollen entfernen weil wir es selbst nicht austragen können weil wir denken der fehler richtet sich gegen uns selbst so muss ich hier ganz deutlich erkennen ich handle wenn ich Gewalt wenn ich wenn ich merke mein Körper reagiert auf diese Situation mit einem unguten Gefühl mit einem Druck in mir dann bin ich sicherlich vom ich betrogen und bin ein Richter kommt kommt aber aufgrund dessen was ich sehe und ich beurteile die Situation durch die durch das wahre Auge dann kommt gegenüber dem anderen Barmherzigkeit heraus Güte und nicht umsonst ist es so wunderbar dass sind wir denn zu Gott gekommen ist meine Bekehrung geschehen weil Gott mich gerichtet hat oder mit Barmherzigkeit mich zu ihm gezogen nicht umsonst sagt er die Schrift hier durch den Apostel Paulus im vierten Vers von Römer zwei oder siehst du nicht dass dich Gottes Güte zur Buße leitet das heißt unsere Güte unsere Barmherzigkeit würde dem Sünder eine Möglichkeit geben zu Erbuße unser Einfluss wäre so massiv so groß durch die Liebe Gottes durch die Barmherzigkeit und Güte die wir dem fehlenden den mangelhaften Menschen entgegen brächten und wir wären wow mit einem mit einer in einer Situation mit einem Einfluss gegen andere das wäre sehr sehr mächtig der Geist Gottes könnte durch unseres Verhalten dem der in Sünde gefallen ist oder den Charaktermangel hat er könnte ihm helfen sich selbst zu erkennen und Buße zu tun wir können uns an unseren Gefühlen die ja körperlich sind erkennen was unser Herz gedacht hat in millionstel Sekunden schnell denkt das Herz die Gefühle sind etwas langsamer wir können sie wahrnehmen sie brauchen Minuten und sie brauchen nicht Minuten um zu entstehen aber sie brauchen Minuten bis sie wieder verschwinden so sie sind Wahrnehmung so wenn also wir aus dem bösen Auge gerichtet haben weil wir ja Götter sind dann haben wir eine eine Macht in uns wir haben einen Druck in uns wir sind böse über das was der andere tut weil wir ihn gerichtet haben haben wir richtig bewertet und sehen wir den Mangel des Anderen und wir handeln durch die Wahrheit durch den Geiste Gottes entsprechende Liebe Gottes dann wird uns der Mangel des Anderen nicht zum Überheben unserer Selbst führen sondern zur Barmherzigkeit dem Anderen gegenüber wissend dass wir in derselben Sache auch fehlen oder gefehlt haben wir sind uns bewusst unseres unseres Vorrechts dass wir von Gottes Güte zur Buße geführt worden sind und wir sehen es nicht als unseren großen verdient und unsere besonderen Eigenschaften dass wir es jetzt geschafft haben über diese Dinge zu stehen während andere noch unterwegs sind es zu können und zu lernen so die Barmherzigkeit die Güte die aus uns herauskommt gegenüber dem fehlenden beweist uns wir sind richtig und glaubt mir keiner kann es tun eine Mutter die ihr Kind lieb hat und sie tut was Böses und sie tut es aus dem Geist des Ichs heraus sie wird Gewalt und Missmut und Druck in ihrem Körper haben und wenn sie könnte würde sie das Kind wieder verändern dass es so tut wie es richtig ist sieht sie es aus dem Auge Gottes sieht sie es durch die Wahrheit sagt sie ich war auch ein Kind und ich habe es auch nur schwer verstanden mein Kind kommt von mir es hat dieselbe sündige Natur es hat vielleicht dieselben Mängel die ich auch habe und jetzt sehe ich diese Mängel aber die Güte Gottes wird mir helfen meinem Kind beizustehen wird mir helfen barmherzig und geduldig zu sein und dann habe ich keinen Druck in meinem Körper dann habe ich keinen Druck das Kind jetzt zu verändern dann gehe ich zu Gott und sage ich habe Zeit Gott hat mit mir 21 Jahre Geduld gehabt während ich gewandert bin durch die Wüste als er mich wiedergebracht hat zur Buß und zur Bekehrung will ich dem Anderen nicht auch dieselbe Zeit einräumen dass er zur Erkenntnis kommt und will ich mich nicht in Geduld üben und in einer guten Haltung Ich lese hier am Ende es gibt so viel in diesem Heftchen was wir lernen können aber ich lese hier wenn Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit ist dann werdet ihr kein Verlangen haben andere zu beobachten um ihre Fehler bloß zu stellen anstatt danach zu trachten sie zu beschuldigen und zu verurteilen wird es vielmehr euer Bestreben sein zu helfen zu segnen und zu retten das ist doch die Barmherzigkeit oder nicht was sie hier beschreibt siehe auf dich selbst dass du nicht auch versucht werdest sagt Gott in Galater 6 1 ihr werdet euch erinnern wie oft auch ihr gefehlt habt und wie schwer es euch wurde wieder auf den rechten Weg zu gelangen wenn ihr ihn verlassen hattet ihr werdet euren Bruder nicht in größere Dunkelheit stoßen sondern werdet ihn mit herzlichem Mitleid was ist Barmherzigkeit von seiner Gefahr in Kenntnis setzen wer oft auf das Kreuz auf Golgatha schaut und sich vergegenwärtigt dass seine Sünden den Heiland dahin gebracht haben wird nie versuchen seine Schuld mit der seines Nächsten zu vergleichen er wird nie versuchen seine Schuld mit der seines Nächsten zu vergleichen er wird nicht den Richterstuhl besteigen um Beschuldigung gegen seinen Nächsten vorzubringen wer im Schatten des Kreuzes auf Golgatha wandelt kann nicht den Geist des Richtens oder der Selbsterhebung besitzen erst erst wenn ihr fühlt dass ihr euer eigenes Ich ja selbst euer Leben hingeben könnt um einen irrenden Bruder zu retten habt ihr den Balken aus eurem eigenen Auge gezogen und seid dadurch geschickt dem Nächsten zu helfen dann könnt ihr euch ihm nähern und sein Herz rühren noch nie wurde jemand durch Tadel und Vorwürfe aus seiner verkehrten Stellung errettet wie bitte noch nie wurde jemand durch Tadel und Vorwürfe diese Tadel und Vorwürfe das ist das ist Richten das ist der das ist die Konsequenz das ist das Ergebnis des Handelns eines richterlichen Geistes noch nie wurde jemand durch Tadel und Vorwürfe aus seiner verkehrten Stellung errettet aber schon viele sind dadurch weiter von Christus fortgetrieben worden und haben ihre Herzen gegen die bessere Überzeugung verschlossen ein sanfter Geist ein mildes gewinnendes Wesen vermag den Irrenden zu retten und die Menge der Sünden zu bedecken die Offenbarung Christi in eurem Charakter wird eine verändernde Macht ausüben ausüben alle die mit euch in Berührung kommen lasst Christus täglich in euch leben und er wird durch euch die schöpferische Kraft seines Wortes offenbaren Einen einen stillen sanften überredenden aber mächtigen Einfluss um andere Seelen in die Schönheit des Herrn unseres Gottes umzugestalten wir wollen andere retten es ist nicht erstaunlich betrügerisch mit den Methoden des Satans mit den Methoden des Richtens des Herrschens und hier sagt es es geht nur über einen stillen und sanften überredenden Geist nur so können wir einen Einfluss ausüben und ermahnend wirken in der Welt Jesu Leben war eine Mehrermahnung wie alles was er geredet hat der Sünder mag in seiner Gegenwart gesehen haben wer er ist und wenn die Menschen in unserer Gegenwart sehen ihre eigene Sündhaftigkeit weil sie unsere göttliche Art erkennen dann werden sie sich zur Buße kehren aber sehen sie nicht unsere göttliche Art dann werden sie weg gehen lasst uns zusammenfassen richtet nicht after redet nicht verleumdet nicht redet nicht über andere ist eine große Sache da sind wir nicht mal hingekommen zu sehen was bedeutet über andere zu reden über andere zu klagen aber es ist alles eine Folge des Richtens tut das nicht weil ihr dadurch das Gesetz richtet und einer ist ein Gesetzgeber und das ist Gott er wird richten ein unbarmherzig gericht wird über den er gehen der unbarmherzig gerichtet ist mit dem Maß mit dem du misst wird er auch gemessen werden möchtest du einen gütigen Richter haben oder einen strengen nicht einen der die Sache weg kehrt aber einen der dir hilft und der dich versteht in deiner Not oder wirst du einen haben der sagt aha so hast du gerichtet versteht ihr weshalb lasst uns Barmherzigkeit üben dann werden wir Barmherzigkeit empfangen ich denke es ist Zeit dass wir uns bekehren es ist Zeit dass wir zu Gott kommen und mit einem tief erfüllten schuldigen Herzens zu Gott kommen und sagen Herr befreie mich von meinem richterlichen Geist befreie mich von meiner richterlichen schlimmen Art und mach sie mir bewusst Tag für Tag bis ich sie nie mehr ausübe bis jedes richterliche Wesen und Ansatz erstorben ist in uns das ist mein Gebet weil haben wir diese Sünde überwunden das heißt haben wir die Wurzel dieser Sünde überwunden dann mag es sein dass wir sehr nahe sind an dem Ideal ein eben Bild eine Charakter ein Charakterbild Gottes zu sein das heißt eine Widerspiegelung des Charakters Gottes in unserem Leben möge Gott uns hier die Gnade schenken erleuchtete Augen die Schuppen wegnehmen und dass wir die Entschlossenheit haben kostet was es wolle aber der richterliche Geist die Idee ich bin Gott ich setze mich über andere hinaus ich beurteile sie und verurteile sie völlig in unserem Leben verschwunden ist ich möchte es von ganzem Herzen und hasse es dass wir diese Natur haben und will es für immer ein Pferd haben und ich hoffe du willst es auch Amen es hasse das ist Untertitelung. BR 2018